Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video reden wir heute über die neuen Features, die im nächsten PTFS-Update hinzugefügt werden. Das Update wird morgen rauskommen, dazu wird auch nochmal ein Video kommen. Und zwar kommen wir direkt zu den Features. Also als erstes haben wir hier einen NASA Space Shuttle auf einer 747. Die 747 ist an sich schon eher kostenlos im Spiel. Das Space Shuttle wird man leider nicht fliegen können. Und die 747 mit Space Shuttle wird auch kostenlos sein. Außerdem gibt es dann dazu noch eine F-16 mit NASA Lackierung. Dann haben wir hier die Antonov AN-225 MREA, auch mit Space Shuttle. Die Antonov kostet im Spiel sowieso schon was, also wird das im Game Pass mit drin sein mit dem Space Shuttle. Und hier wird man das Space Shuttle ebenfalls nicht fliegen können. Als nächstes haben wir den ersten Embraer E-Jet, und zwar die Embraer 190. Die kommt auch mit sehr vielen Lackierungen. Hier sind nicht alle, hier sind nur die, die gestern schon drin waren. Jetzt sind wieder ein paar dazugekommen. Die werde ich aber alle morgen im Video nochmal erwähnen. Aber hier sind schon mal einige. So, hier haben wir, wie ihr seht, Air Canadian. Dann gibt es noch JetBlue, KLN, Azole, Americano und Britain Airways. Zu guter Letzt werfen wir einmal einen Blick in die Embraer 190. Also hier haben wir das wundervoll detaillierte Cockpit. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Man hätte ein bisschen mehr Detail reinbringen können. Aber es ist PTFS und für PTFS ist es wirklich ein gutes Cockpit. Als nächstes haben wir hier die Kabine in einem 1-2-Layout. Daher, dass Roblox-Charaktere größer sind als echte Menschen. Deswegen passt das nicht so ganz mit dem eigentlichen Layout. Wie bei allen PTFS-Flügzeugen auch. Deswegen hier das 1-2-Layout. So, vielen Dank, dass ihr mein Video bis zum Ende geguckt habt. Nun mein wundervolles Outro. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn das Update endlich draußen ist. Tschüss. Und nun meine Abonnenten. Meine Supporter. Ihr habt wunderschöne Namen.